Nein, mach. Lass uns einfach mal die Supporter verfahren. 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 Lass uns mal eine Platte reinlegen. Warte, warte, warte. Die Freigabe von der nachgefalteten Maschine fehlt. Ja. So, und jetzt betätigen wir den Fähnchenschalter, den nehmen wir mal raus, den Fähnchenschalter, ja genau, und betätigen den im Bordzyklus. Und immer wieder. Und immer wieder, immer wieder. Und immer wieder. Nennen wir mal die Bohrreinfolge ab, dass wir alle gleichzeitig kommen. Und immer wieder. 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 Vielen Dank.